Hallo, ich grüße euch meine Schwestern und Brüder und ich drehe heute vor euch, weil ich heute morgen eine Predigt gehört habe vom Pfarrer Csarnke und diese Predigt hat mich in meinem Herzen sehr berührt und deshalb habe ich folgende Bitte an euch. Ich bitte normalerweise selten Menschen um Hilfe oder um irgendwas. In dem Fall bitte ich euch um Hilfe. Teilt dieses Video, so oft ihr könnt. Schaut euch das Video an. Wir sind als Christen jetzt gefordert hervor zu treten, geistigen Widerstand zu leisten. Denn Corona ist nach meiner Wahrnehmung ein Angriff der Widersacherkräfte und Corona ist nicht mein Herrscher, schon von Anfang an nicht. Und an meinen Arsch kommt er nicht ran. Ganz sicher nicht. Denn ich bin ein Diener Gottes, nur Gott, Vater, Mutter und Jesus Christus. In mir und aus mir selbst und durch mich hindurch, sind diejenigen, denen ich mein Leben in die Hand gegeben habe.